Das ist ja was. 1665, der Teufel ist wieder am Werk. Die Pest ist wieder da und errafft in London Tausende hin. Ich musste das Bullen verkaufen und mich dorthin begeben. Wieder einmal wird William Marshall das Land beschützen. 1666, was habe ich getan? Ich habe mich vom Teufel anstecken lassen. Gott vergib mir. Die entsetzliche Kreatur, die ich besiegen musste, war ein Dämon aus der Hölle selbst. Ein Fleisch gewonnen, Abschaulichkeit und Apokalypse. Ich musste das furchtbare Wesen in der St. Paul's Cathedral einsperren und das Gebäude in Brand setzen. Ohne Michaels Rat hätte ich meinen Feind wahrscheinlich nicht besiegen können. Die Flammen reinigten die Stadt von Dämonen, aber die Hälfte Londons brannte nieder. Seither träume ich von der roten Flut, vom Blutvergieß und Zorn. Es ist, als ob das Desaster mein Blut, ja sogar meine Seele, verdorben hätte. Zum ersten Mal seit Jahrhunderten fürchte ich mich. Ich werde meinen Unterschlupf zurückkriechen und zu Gott um Gnade für meine erkrankte Seele beten. Wer ist dieser Michael? 1667 Michael ist doch der Blutmensch dann, der war doch... Okay, 1667 Elisabeth war bei mir. Sie sagt, sie hätte meine Pein gespürt und mich retten wollen. Meine arme Tochter, geblendet von Zorn, vergiftet vom Blut des Hasses, bis ich sie... Sie ergriff die Flucht, schockiert von meinem Verrat. Ich lachte und weinte, während sie mich verfluchte. Gott, habe ich dich verraten? Hast du mich verlassen? 1712 Meine Gebete wurden erhört. Ich habe die Kraft gefunden, dem Verlangen nach Blut zu widerstehen. Dem niemals endenden Hunger. Meine arme Elisabeth, wirst du mir verzeihen. Ich habe gehört, dass du nun tötest und dich mit deinem neuen Abkommen am Blutvergießen erfreust. Du bist hier das Opfer. Was habe ich getan? Ich schwöre, ich werde einen Weg finden, um wieder gut zu machen, was ich dir angetan habe. Ich schwöre, ich werde nicht ruhen, bis ich weiß, wie ich das Blut des Hasses besänftigen kann. 1785 Die Bruderschaft von St. Paulus Stola hat endlich zugestimmt, sich in London mit mir zu treffen. Sie hat ein Treffen in den neuesten... Wiedenburg... Das kenne ich schon. Aus meinem Namen, die Tränen des Engels, gibt es erfolgevermerkt, das Uraltrezept als zu heilen. Bald kann ich von mir begangen und recht wieder gut machen, meine Fehler berichtigen. Jetzt muss ich noch die nötigen Zutaten für den Trank. Okay, das habe ich schon gelesen. 1786 Endlich habe ich alle Zutaten gemeinsam. Blut aus dem reinsten Herzen. Ja, ja, Knoblauch ist hänzisch. Nach Monaten der Ungeduld, in denen ich vor Hunger beinahe wahnsinnig wurde und in den Weg wartet, traute ich Elisabeth endlich wieder verhalten zu mir. Wie ich es ihr versprochen hatte, hatte ich mich angekettet, damit ich sie auf keinen Fall erneut angreifen würde. Zuerst erkannte ich meine liebliche Tochter nicht, weil sie nun Lady Blackwood war, die schreckliche Herrin der Finsternis, die sich am Töten und Blutvergessen in Frankreich freute. Sie grinste, als ich sie weinte und meine Täusche, Entschuldigung für das Bad, was ich ihr angetan hatte. Sie schrie mich an, als ihr zu erklären versuchte, dass mein Biss sie mit dem Blut des Hasses infiziert hatte, das nun in ihren Adern ihrer Seele loderte. Ich berichtete ihr, dass ich eine Heilmöglichkeit entdeckt hatte und mir die Herstellung der Ampulle des Gegenmittels gelungen war. Ich überreichte sie ihr, um ihr vorheriges friedliches Leben zurückzugeben. Gegenzug bat ich sie nur, sich um mich zu kümmern, weil ich zur Not gefesselt in meinem Grab eingeschlossen bleiben sollte, um mich nicht an irgendeinem Sterblichen oder Unsterblichen zu laben. Widerstreben nahm sie die Tränen der Engel an sich und ging. Hoffentlich sehe ich sie bald wieder. Geheilt und mit sich im Reinen. 1794 Sie ist endlich zu mir zurückgekehrt, geheilt, gesund und fröhlich, meine Elisabeth. Sie erzählte mir, dass das Gegenmittel vor etwa einem Jahr in Frankreich eingenommen hatte, nachdem sie ein vom Blut des Hasses verursachtes Massaker an einem ganzen Waisenhaus mit angesehen und sich selbst daran beteiligt hatte. Damals sei Lady Blackwood gestorben, sagte sie. Sie versprach sich von nun an, um mich zu kümmern. Um mehr bitte ich nicht, während ich Buße für all die Seelen tue, die meinen mehrhundertjährigen Verlässigkeit verschuldet hat. 1795 Meine liebste Tochter besuchte mich letzte Woche wieder, um mir die Vorkunde zu überbringen. Sie hat vor kurzem ein Schloss Schottland erworben. Schon bald wird sie die Schloss Krypta renovieren lassen. Sie soll mein neuer Rückzugsort werden, weit weg von der Versuchung und den laut überfüllten Städten. Ich kann die Abgeschiedenheit kaum erwarten und den Frieden zu finden, den ich benötige, um ihn nicht zu töten. Gott, bitte gib mir die Kraft, auf der Reise von London zu meinem neuen Domizil alle verlangend zu widerstehen. Vor meiner Abreise werde ich eine Abschrift dieser Memoran der Bruderschaft von St. Paulus Toler übergeben. Aber natürlich lasse ich die schändlichsten und sensibsten Stellen fort. Bald werde ich London verlassen, um Buße zu tun. Dort werde ich mit der Unterstützung meiner Zurücklinge in Elisabeth endlich Frieden finden. Meine Fresse. Also der Gehörnte, Michael, war der Vater von William, ja. Und der kam dann in Kontakt mit dem Blut des Hasses, das mir nicht passiert. Und das hat er dann durch einen Biss, weil er so wütend war, wegen dem Blut des Hasses auf Elisabeth übertragen, die vorher eigentlich ganz lieb war. Das ist ja... Das ist ja mal was. Eine Story. Das ist ja mal was. Wie sehr, wie sehr. Wie sehr. Wie sehr. Ich will es trinken? Wie sehr. Wie sehr. Nein, Vater. Er ist ein Freund. Bitte, rest. Ich will es sichern. Ich will es sichern. Gaution, Elisabeth. Dezittet läuft durch diese Hände. Ich weiß, Vater. Hatte ein langsames Auto und musste viel lesen. Und du hattest ihn als Vater? Er hat mir eine Erlösung. Und viel mehr. Ich habe so viele Fragen, Elisabeth. Du hast immer Fragen, Dr. Reed. Jetzt, dass ich neben euch beide, in diesem Vault, weiß ich nicht, wo wir beginnen. Wir haben noch ein paar Minuten. Und warum nennt es mich nur noch Dr. Reed? Du hast nicht Angst, dass jemand dich hier herausfinden könnte? Es ist nicht so schwer zu finden. Keine Ahnung, dass ich mich behaupte, dass ich jemanden, der versucht, meine Geheimnis zu zeigen. Glücklich, es ist nicht so weit gekommen. Warum hast du hier rausgebracht? Wenn du mir gesagt hast, ich war die Geheimnis. Ich hatte nichts mehr zu gehen. Du hast gesagt, du musst zurück nach der Realität dieser Scourge zurückkommen? Ja. Um es zu Ende. Once und für alle. Will du zurück nach London? Nein, Jonathan. Ich will nicht. Und was von dir? Charlotte? Charlotte ist eine stark, independente Frau. Sie kommen in Geld. Ich habe alles geholfen. Jetzt ist es Zeit, um sie zu entwickeln, ihre Zukunft zu entwickeln. Ich habe die Verkaufelung der Verkaufelung. Diese Verkaufelung, die Harriet-Jones geworden ist. Die Epidemie ist nicht mehr. Und London wird wieder zurück. In Zeit. Ja. Ja. Du hast gut gemacht, Jonathan. Du hast wirklich geholfen, die Stadt. Ja. Wir haben. Außer allen Obstakten. Ich bin wirklich überzeugt, dass wir das zusammen gemacht haben, Elisabeth. Ich kann nicht behaupten, dass ich all das ist. Durch den benutzen meiner eigenen Blut. Nein. Nein. Diese Katastrophe war der Grunde von unethicalen Experimentationen. Und die Wille von einer Kreatur, so inexplicably evil, dass sie all die schrecklichen Wunderschöne gesehen haben, seit meiner Tod. Aber es war mein Blut all along. Mein Blut der Verkaufelung. Mein Blut der Verkaufelung. Mein Blut der Vater. Ein Wunderschöner. Ein Wunderschöner. Ein Wunderschöner. Das ist all I am. Warum wirst du hier entdeckst? Warum wirst du hier entdeckst? Wie kann ich ihn nicht auswählen? Wie kann ich ihn nicht auswählen? Er hat sich selbst verabschiedet, indem er mir die einzige Dose von Antidote hatte. Er hat dir den Antidote? Ja. Ja. Und in der Tat wusste, er wusste, dass er hier hier verabschiedet hätte. Und trotzdem hat er verabschiedet. Das ist, wie groß ein Mann William Marshall war. Und trotzdem ist. Was machst du für ihn? Ich besitze ihn so oft wie möglich. Ich habe die Landskirche, die er nie wieder sehen wird. Ich fahre ihn mit meinem Blut. Du hast ihn verabschiedet? Du hast ihn verabschiedet. Du hast ihn verabschiedet. Du hast ihn verabschiedet? Nachdem er mich aus der Blut-Rage zu retten, ich versiede, dass ich niemals zu verabschieden würde. Er sagte das gleiche. Ist er gefährlich? Was denkst du? Er ist ein Echon-Echon, der seit Jahrhundert nicht verabschiedet wurde. Er ist ein Echon-Echon-Echon, der von einer Verabschiedung zu töten, und die Blut von Hörst. Dann keine Verabschiedung. Er denkt, dass er die Engels gebeten hat, um die Schöne zu retten, um die Schöne zu retten, um die Ungewöhnliche zu retten. Er kann er kommunizieren? Ja. Er ist manchmal sogar die Schöne zu retten, der mich zu retten, die mich zu retten. Aber du kennst, der Schöne zu retten, niemals auf seine Augen zu retten. Wir können ihn verabschieden. Es ist zu langer. Der Blut von Hörst hat sich zu lange gedauert. Der Antidote würde ihn nicht auf den Weg. Ich versuchte. Ich versuchte mich, ich versuchte mich. William Marshall hat dich verabschiedet. Er ist der wirkliche, verabschiedelte. Ja. Aber er hat mich durch die Schöne zu retten. Er hat dich verabschiedet? Wie? Die Schöne der Engels. Die Schöne der Schöne von einiger, die Schöne der Schöne zu retten. Er hat mich gearbeitet, nicht? Ja. Schöne ist die Schöne der definitivste für unsere Schöne. Schöne, die Schöne, die Schöne, Er hat sich wirklich gearbeitet. Es hat, Jonathan. Ich war nichts als eine Schöne der in der Schöne. Ich verabschiede aus Europa, verabschieden meine Schöne. Es war die Schöne aber die Schöne die Schöne die Schöne hat mich verabschiedet. Wer bist du wirklich? Wie konnte ich antworten? Ich habe viele Leben und Identitäten für diese heute. Für dich, ich bin Elisabeth Ashbury. Und das ist alles, was ich wollte sein. Ich verstehe. Ich verstehe. dein Willen für Privatsch. Danke, Jonathan. Wie warst du William Marshall? Er war ein Ekon für Jahre, als er mich Er hat mich von einer bestimmten sterben, indem ich seine Progenie. Warum hat er dich wählt? Du solltest ihn fragen. Du ihn schweigst? Nicht, als er mich hat. Er ist mein Vater. Er hat mich erwähnt. Er hat mich mir wie behave. Was mit uns? Was du sagst? Ich weiß meine Gefühle für dich, Elisabeth. Aber du verlangst ohne Wort. Ich liebe dich, Jonathan. Ich liebe dich seitdem ich gesehen. zu retten, Herr zu der schweig. Er hat mich wie du bist. Du hast mich gesagt. Nein, Jonathan. Der William Marshal liegt in hat so viele schweig die schweig. Ich kann nicht schweig. Ich kann nicht gehen. Ich weiß, dass ich ist. Ich kann helfen. Ich weiß, Jonathan. Du hast die letzten paar Wochen aber das ist mein Traum. Ich habe so viele Fragen. Hallo, alter Knabe. Ich bin etwas stärker als er. Richard the Lionheart und his brother King John. Es ist so ein Privilege zu treffen. Ich habe gemacht. Ich habe es gemacht. Ich habe gemacht. Ich habe Ich den Antidoten. Was benutzt? Ich habe die den aussch verletzt. Ich habe die Teile von Richard und der Vögel von Bodiceern. King Richard und Bodiceern? Wie finde ich diese Reliken? Ich habe viele Jahre Zeit für sie Und dann habe ich die Formulatur gelernt. Wenn ich mich daran erinnere, hat es zu einer alten Bruderhof gehört. Ich glaube, die Order von St. Paul. Und hat es funktioniert? Ja. Die Teile verletzten meine pooren Elisabeth. Es war so froh, sie zu sehen, wieder zu sehen. Ich habe den Verletzten und verletzt den Verletzten, der schweigte London verletzten. Du solltest wissen, dass die Stadt sicher ist, Sir William. Dann kann ich dich an, Bruder? Hast du den Verletzten? Selbst ein Verletzter von einem Wälder, könnte dich verletzen und all diejenigen, die du interessiert. Ich habe ihn auch verletzt, in 1666. Wer war sie? Sie war eine militärische Wälder, die durch die Stadt über die Stadt verletzte, mit einer Armee von Rats. Sie hat sie in einer Bruderhof geblieben, in Pudding Lane für Monate, als ich sie endlich gefunden habe. Wie hast du ihn verletzt? Wir verletzten lange Zeit. In der Ende, ich musste sie in St. Paul's Cathedral und die Stadt verletzten. Ich wollte sicher, dass sie verletzt wurde. Das Blut von Hade. Wie hat es dich verletzt? Jetzt fühltest du es? Das Blut von Hade? Ja. Nichts mehr als eine Schmerz, wirklich. Eine Schmerz, so lange, dass du eine Fortress aufbauen kannst, wenn du sie verletzt hast. Das Blut von Hade. Ich würde dich fragen, um die Vampire zu fragen. Vampire? Was für sie? Um deine Erfahrung zu fragen, bitte, erzähl mir, was du wissen. Sie sind Schmerz. Ich habe gesehen und verletzt viele in meinem Zeitpunkt. Foul Temptressen, mit schmerzen und schriegenden Becken. Ich habe nie gesehen, so eine Schmerz. Was hast du gesagt? Natürlich hast du nie gesehen, so eine Schmerz wie sie. Vampire sind schrecklich, schrecklich und schrecklich. Wo hast du solche Schmerz? Die letzte Mal, ich habe einen gesehen, war in einem Keltischen Tempel, neben Salisbury. Eine Schmerz und schrecklich, eine Schmerz, eine Schmerz, eine Schmerz und Schmerz. Können wir sprechen, über die Morrigan? Die Red Queen. Was für sie? Sie hat sie kennenzulernen, nicht? Einmal. Aber sie hat sie nie zu singen. Ich liebe sie. Sie ist eine Schmerz. Sie ist eine Schmerz und Schmerz. Ich wünsche mir nur, dass sie manchmal mich auf die Schmerz. Sie wissen, wer sie ist? Ich will nicht darüber sprechen, vor meiner Schmerz. Elisabeth. Sie ist eine Schmerz, michael. Aber Merdin, michael, ist ein Vampire. Sie hat dich eine Schmerz und Schmerz der Nacht gemacht. Schmerz? Ja. Ich habe es Ich habe es von den Schmerz. Dann bin ich von meinen Schmerz. Nach meiner Schmerz habe ich auf meine Schmerz. auf meine Schmerz, Elisabeth. Sag mir, Elisabeth. Wie wurde sie infectiert? Ich will es nicht diskutieren. Bitte, Herr Willem. Ich muss wissen, was das Blut des Schmerz ist. Wie wurde es transmitiert? Nach dem der Schmerz in St. Pauls Cathedral habe ich auf meine Schmerz infectiert. Das ist, wo meine liebe Elisabeth mich gefunden hat. Sie hörte meine Schmerz aus dem Meer. Wo ist dieser Schmerz? In London, unter dem Tempel Church. Unter meiner empty tomb. Die Druckplatten. Ich liebe immer dort, während der der schmerz. Was passiert dann? Das Blut des Schmerz hat mich in einen schmerz. Ich verletzte meine Progenie, und sie auch infectiert. Entschuldigung, Elisabeth. Ich verletzte. Sie verletzte sie wieder. Ist das wie sie mit dem Schmerz infectiert wurde? Ich denke, ich verstehe. Elisabeth fuhr. Und ich fuhr zu meinem Sarg darüber. Oh, das habe ich eigentlich auch schon gelesen eben. wie Sie verletzte Elisabeth? und schmerz. Das war der einzige rechtliche Weg. Das Blut von Hörst hat mich sie verletzt. Ich bin hier in Frieden. Ich kann denken, was ich getan habe, und wie ich verletzte. Aber er konnte ihr besser widerstehen als ihr, ne? Weil er reiner war, stärker. nicht. Nein. Dieser Hunger ist meine. Ich würde fühlen ohne ihn. Es hat so lange All ich will ist quiet. Silence. Wir können Sie frei lassen. Das ist was Sie wollen? nicht. will sehen den 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 en. Ich kann gehen und so viele Dinge unter den den en. Dann Sie bleiben hier und nicht. Ich kann nicht lange fühlen die her hand auf so lange sie verletzt mich. aus zu haben. Ja Vater kann leid es sehen den And the sword you bear... for it is mine... You were never defeated, my lord. Farewell, father... Und für dich auch, Jonathan. Nein. Was bedeutet das? Oh. Ich kann nicht so gut sein, was ich geworden bin. Diese Gesundheit, wie du es sagst. Die Flamme werden die Zutaten, die in meinen Gehirn gehen. Nein! Ich werde das nicht passieren. Ich bin der Tod, Jonathan. Ich kann nicht so gut sein. Ich bin Dr. Jonathan Reed. Champion of Murden. Ich habe mich entschieden, die von der Vampire Epidemie zu retten. Ich kann dich auswählen. Was bedeutet das? Wir sind von Blut, Elisabeth. Alles über uns ist in unserem Blut. Mit Zeit kann ich den Antidoten, die William Marshall gegeben haben. Ich glaube, dass Zeit auf unsere Seite ist. Das ist ein Risiko, ich kann nicht nehmen, Jonathan. Ich werde nicht so gut sein, Jonathan. Ich werde nicht so gut sein. Ich werde nicht so gut sein. Elisabeth! Nein! Ich glaube mir. Ich kann dich retten. Wie kann ich dich retten, Jonathan? Wie kann ich diese Chance nehmen? Ich werde mit dir bleiben. Ich werde nicht so gut sein. Ich werde nicht so gut sein. Ich werde nicht so gut sein. Ich werde nicht so gut sein, Jonathan. Sie wissen gar nicht so gut sein. Während seine Angst, William war sehr stark für den Zeitpunkt. Ich weiß, dass wir das gleiche machen können. Ich werde das gleiche machen. Wir werden uns nicht so gut sein. Wir werden uns immer wieder sein. Ich werde mich immer mehr als Material, und mache meine Forschung hier mit dir. Ich werde mich hier mit dir. Ich werde mich mit dir selbst auswählen. Ich werde dich mit dir selbst auswählen. Ich werde dich darum sein. Ich liebe dich, Elisabeth. Ich kann das gemacht. Bitte, bleibst mit mir. Ich glaube dich. Das ist verrühst, aber ich glaube dich. Vielleicht. Ich glaube dir. Das ist eine Worte für die Gesang, die von dieser Song. Ein Kind aus der Dunkelheit, mit dem Weg er sollte er finden. Jetzt ist die Song, und dein Weg ist entschieden. Engländer ist sicher, denn Sie haben uns vorgeschlagen. Ich wünsche Ihnen Ihnen, meine Champion, sehr süß. Sie haben sich eine neue Reise gefunden. Und ich lasse Ihnen damit. Meine Königin schläft wieder einmal, und ich werde bald mit ihrer Schlumber. Bis zum Schluss, sie wird aufgewachsen. Sie wird aufgewachsen, durch die Hunger, die sie nie verabschieden. Womping 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 Schließen uns jetzt mal ein Tja das war's würde ich sagen Vampyr, ein interessantes Spiel Was ich ein bisschen gezogen habe Aber ganz gut war Glaube ich mal Auf Wiedersehen